Er wird gefunden. Nach dem Ball, nicht flippen. Der Ball ist bei Massani und schon wieder ganz schnell. James Enkobel wird in der vorderen Zeit. Versucht den Ball zu stoppen. And one, Kai, Kai. Wieder zurückgeladen. James Enkobel nach wie vor in der Mitte. Der gehört nicht unter. Und jetzt der Rodriguez-Stunt. Er ist immer noch... Ochler für drei. Ins Gesicht. Dreh für drei und Ochler. Aber es ist nicht locker. Wenn man sich rechtzeitig zurückkommt und die Box muss es langsamer aufstellen als sonst. Ja, Gant wurde so vorgelassen. So gut geschafft jetzt. Jetzt verlohnet euch mal selber dafür. Wir müssen am Schluss kämpfen für das. Wieder in and out und in. Der zweite geht dann eben. Brown zu ihm. Rodriguez. Nächste drei. Brown. Gut verteidigt jetzt von Marco Lehmann. Aber der trifft sie einfach alle. Hababu. Brown. Gut verteidigt von Jakobljic. Und das ist ein guter Geist-Defender da. Dann gibt es wenig zu wollen. Bejan Ochler findet Mirkovic. Freie Dreier. Er hat noch nicht getroffen heute. Macht sie endlich für drei. Endlich. Brown gegen Stevanovic. Freie Dreier. Einigermassen. Weiter drin. Unglaublich. Die Sonne Brown. Er zählt viel besser jetzt. Erst 13 Punkte in den vierten. Zugelassen. Brown noch mal für drei. Noch mal für drei. Philipp Sauger. Ja, ja, ja. Durch. Gut. Freie Dreier. Ausgangspiel für Lehmann für drei. Ja, also. Einmal mit Aggression reingehen. Richtiger Pass. Ausgang freie Dreier. Lehmann. Dreier. Dreier. Dreier! 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 Vielen Dank.